Mit wem habe ich bei WhatsApp geschrieben? Mit Poppy. Sie hat Geld eingesammelt für etwas und das habe ich ihr nur Bescheid gegeben, dass ich sie auf den Platz gelegt habe. Ich habe tatsächlich mit Feli geschrieben. Es ging um den Lactatus, den wir laufen durften. Hat sie gefragt, wie es bei uns so lief. Ich habe gefragt, wie es bei denen läuft, wie das Training läuft und genau, wie es ihr generell auch geht und ob sie die Hitze in England aushält. Ich glaube, ich habe eher die Gruppe, dass man da mal was mitbekommen hat. Ansonsten ging es wahrscheinlich aktuell gerade eher darum, wann Training ist bzw. wann ich da sein muss. Also eher organisatorisch momentan. Ja, Eva. Ja, Eva, Eva. Heute mit Do über unser Trainer Patrick. If she can use my Internet TV to watch Euro. Ich habe tatsächlich mit Paaren gerade geschrieben wegen der EM. Aber ich glaube, es war mit Becks, weil ich ihre Blumen gießen muss. Und dann muss ich gucken. Es war Feli Rauch, weil ich sie gefragt habe, wie es ihr geht. Ich habe mit Sarah geschrieben und sie hat gefragt, ob ich sie mitnehmen kann zum Training später. Und? Ja klar, immer. Ich bin ganz lieb. Katja. Kati kann ich nicht sagen. Stop secret. Mit Svenny. Es ging um den heutigen Dreh. Ich habe mit die deputung gefreut. Total. Also wir konnten uns kaum halten. Nein, ich habe sie natürlich auch gefragt, was wir noch benötigen und wann sie denn da sei. Es müsste bestimmt Kathi Hendrich gewesen sein, weil sie einfach nicht ohne mich kann. Um was es ging, das muss privat bleiben. Ich glaube mit Pia Wolter, weil ich sie nach Karten für das Spiel gefragt habe. Ich habe eben gerade mit Tavia Wassmuth geschrieben, was wir heute Abend kochen. Irgendwas mit Kürbis, mal schauen. Gucken wir mal. Ich glaube es war mit Marina und es ging darum, ob ich noch mit zum Kaffeetrinken komme. Mit Lena Lattwein, dass ich zu diesem Termin hier früher kommen kann. Poppy, es ging um die Verkehrslage gerade auf der Brücke. Ich habe tatsächlich mit Feli als letztes bei WhatsApp geschrieben, weil sie mich gefragt hat, wie die Produkte von Dr. Wolz heißen, die ich jetzt nehme. Da hatte sie mich nachgefragt und habe ich ein Foto davon geschenkt. Mit Tavia Wassmuth, aber den Grund kann ich leider nicht schlagen. Auch Jule. Mit Lena Oberdorf, weil ich wollte ein Bild von ihrem Tattoo, weil ich muss noch so ein Bild malen für die Kabine. Und das fand ich ganz cool und das wollte ich vielleicht abmalen. Ich denke, es war Lynn. Ich denke, Jill. Ja, warum? Spaß einfach. Ja, weiß nicht. Sven, sie hat mich gefragt, ob ich etwas zu Hause habe. Sie wollte etwas backen, aber hatte ich nicht. Schätze bis zum Boden. Kann es noch, ich weiß nicht. Genau.